hoch hoch hinaus äh auf auf und davon hm lalala 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 lalalala lalalalala lalalala lalala 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 fackerdifu fuckerdifu juhuuhuhu Cookie Ferrisps Ahhhh! Hallo? Kein Save Stay? Äh! Sie fahrt hier rückwärts! Ich fahr voll in die falsche Rückkehr... AAAAAAAH! Aha! Aha. Ich bin besser als vorher übrigens. Ich wette, du schaffst das nicht beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch, beim letzten Mal ist das Aufnahmeprogramm abgeschmiert Also sag das nicht Sonst passiert es wieder und dann müssen wir alles nochmal von vorne machen Bei der ersten Aufnahme ist aber beim ersten Versuch geklappt oder wie? Nein, es mitten im ersten Versuch Ja, genau Ich war eigentlich so das hier nicht gut Jetzt bin ich ja dabei Aber jetzt passiert da nichts Genau Ich hab Standbild, was ist denn jetzt los? Ah, okay Ich dachte schon, sei es kaputt gegangen Schade Ähm, sag also Ah, jetzt bist du kaputt gegangen Also Ich soll jetzt Ja, bitte Ähm 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 Egal Naja Wie gesagt, beim ersten Versuch hast du es nicht geschafft Ja, ich musste mich auch erst mal einfahren Ja, einfahren Tolle Einfahrt Eine Einfahrt? Ohohohohohohohohohohohohoho Sollte ein Witt sein. Schön, dass du das auch mal merkst. Ich habe das N. Au. Fuck. Okay, wir schaffen das schon. Yo, ich stell mir so mal vor, dass es statt den Kong-Buchstaben vielleicht die Buchstaben für Fuck gibt. U, C, K. Kann man das nicht reinhacken? Kann man in einem Hack machen? Ja, kann man reinhacken, dann hast du auf einmal Fuck. Das wäre geil. Das wäre irgendwie geil. Da hast du so einen schwierigen Level, bist du kurz vorm Ende, sammelnst das K ein, gehst kaputt. Fuck. Könnt ihr vielleicht mit Donkey Kong, äh, mit dem ersten Teil machen. Die Grafiken für alle Buchstaben gibt es da glaube ich auch, äh, von A bis Z und die ganzen Ziffern irgendwie wo. Das heißt, ich muss halt nicht mehr selbst zeichnen oder so, sondern kann einfach nur die Grafiken austauschen. Wow, war das gerade geskillt? Oh, das war so geskillt gerade. Woher soll ich das denn wissen? Ich sehe nur zwei Bilder die Sekunde. Ah! 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 Oh Gott! Bist du Zweiter? Ne, ich hab die Deka Münze. Ah! Komm schon! Ich schaff das! Ich bin der Erste! Ja! Jaaaa! Okay. Whoah! Hu! Hu! Das hab ich noch nie geschafft! Du hast es noch nie geschafft, Erster zu werden! Nein! Noch nie! Kein Grund, mich so anzuquietschen. Oh, ist das geil! Oh, ist das geil! Oh ja! Oh, ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Ich weiß es nicht mehr genau, ich hab der Dritte. Ah, nicht schlecht. Man sprach in vier. Oh, war das geil. Oh, war das geil. Oh, das war so geil. Ja. Ja. Machst du irgendwelche Kampfesübungen oder warum dieses Kumpze stöhnen? Ja, ich mach Kampfesübungen. Das ist ein Teil Ski, mach ich. Für Singer nachher, ne? Den Riesensinger. Jo, gleich erstmal für die Bälle treffen lassen. Wieso nicht? Erstmal austesten, wie gefährlich die Libellen sind, ne? So geht Fluffy halt immer. Genau. Erstmal die Gegner austesten. Wie viel halten die Gegner aus? Und dann stellst du immer fest, dass sie dir überlegen sind, wenn du nicht von oben drauf trinkst. Übrigens, das hier soll irgendwie, äh... Lustig. Das hier soll Sonic darstellen. Was? Das soll Sonic darstellen? Ja, hab ich gehört. So gehört, das ist dann nur, äh, ja... Ein blauer Igel, ja. Sagen die Fans halt so, aber ich, ähm... Keine Ahnung. Sonic gehört ja zu, ähm... Sega und, äh... Ja, und mit Nintendo und Sega warst du dieser Zeit, glaub ich, nicht so wie's heute ist. So, so mit den DS-Spielen und so, wo sie jetzt immer zusammen sind, Mario und Sonic. Außerdem ist das ja... Ja... Außerdem ist das jetzt auch Donkey Kong und nicht Mario. Ich weiß. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich wollte nur ein bisschen was dazwischen gelauert haben, damit man nicht denkt, ich sei weg oder so, ne? Wieso hab ich die Kiste jetzt weggeschmissen? Weiß ich das? Weil du's kannst vielleicht. Jo. Eeey! Aha. Ah, das war jetzt ein Fail. Tja, warte nu. Ah, das sieht gar nicht aus. Liegt sich kaputt und dahinter ist so ein Dekafass. Wie erbärmlich ist das denn? Ich bin besser als du mit Ja, bestimmt Mit was? Mit dir, ich weiß Mit mir Du bist besser als ich mit dir Klingt jetzt überhaupt nicht Zweideutig oder so, ne? Zweideutigkeit ist mein Leben Ähm, sie ist drohend Dixie ist drohend Ja, passiert so ab und zu mal Vielleicht hat sie ihre Tage Ihre Tage des Schlechtseins Also, ey, ich weinte nicht in was anderes Oder dachtest du gerade an ihn was anderes? Nein, überhaupt nicht Wieso solltest du auch? Wie kommst du da bloß drauf? Tja, kein Ahnung Perversling War nur so eine Verwaltung von mir Perversling Du denkst ja immer so zweideutig weiße Und da wollte ich sicherstellen, dass du nicht der falsche verstehst Perversling Perversling Ah, fucken Ja, baby! Gut, tschüss Machradjegeg machen Aber ich... Ich... Und... 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 Uff, wieso? Weil Didi auch seine Tage hat. Aber der ist doch ein Mann. Der kann doch trotzdem seine Tage des Schlechtens spielen haben. Nein. Doch. Ich hab auch so manchmal meine Tage, wo ich nicht besonders gut drauf bin. Ähm, ich hab jetzt kein Safe-Set geladen, falls du das denkst. Nee, ich hab ja nur für eine Viertel Sekunde gesehen, dass da unten steht, es stand safe, zero loaded. Sag doch einfach, du bist ein anderes Bonus gegangen, das genauso aussieht. Auch gut. 25 Creme haben wir. Wow, das ist mich jetzt nicht angequietscht. Wow. 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 Wir sind alle weg und ich hab mich gesehen, mal passiert ist. Ähm, ja. Du hast noch einen Bonus gefunden, das genauso aussieht. Genau. Das war der zweite Bonus, der genauso aussieht. Genau. Davon gibt's sehr viele hier. Mhm. Okay. Und es ist vollkommen normal, wenn ich, ähm... Ja, guck mal, ich hab schon wieder einen Bonus gefunden, äh, wenn ich sterbe. Wow. Ich krieg gar nicht mit, wie du sie findest, du bist einfach plötzlich drin. Äh, und ich bin ich... Ja, das ist glaub ich so'n Bug. Immer wenn ich... So'n Käfer. Das ist ein... Das ist ein Käfer. Oh Gott. Oh, oh, die Zeit. Die Zeit. Deine Mutter... Deine Mutter. Nein, die Zeit. Deine Mutter. Ähm... Ja, ich hatte vorher vierundsitzig Crème in München. Vierundsechzig? Das weißt du. Vierundzwanzig. Und jetzt hab ich fünundzwanzig. Ah. Und jetzt hab ich fünundzwanzig. Okay. Ja, nach hier entsprungen, sagst du das oder was? Nein. Nööö, nur nicht. Nur nach hier im Zweiten, ne? Ja. Boah, das war jetzt gemein. Aber wir haben ja unsere Dixie. Oh, du hast das Oh vergessen. Ja. Oh Gott. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich habe es geh- Ich habe es geh- Oh, ich habe vergessen. Ja, wie willst du jetzt die Dekaminze holen? Gar nicht. Ja, aber vorher erstmal ein paar andere hinwerfen hier. Ja. Da in Rambis Donnergetöse kann man auch. Genau, wenn der große Singer da hinter Rambi her ist, dann kannst du einen Remix von diesem Einleter machen. Du weißt schon. Gerne doch. Äh, wie heißt das nochmal? Äh... Äh... Danz, ob es das Singer ist. Nein, das ist das von dem Level, wo die große Bienen hinter dir hier ist. Ähm... Äh, wie heißt das nochmal? Escape? Nein, ähm... Puh, keine Ahnung mehr. Hat eben so einen Namen. Aber äh... Kenn ich dies? Was? Kenn ich das? Der Lied kennst du bestimmt, wenn du es durchgespielt hast. Aber ob du den Namen kennst? Weiß nicht. Wenn du die Remixest... Davon gibt es ne Remix? Ja, in einem Album da, wo du ja auch, äh, Dance of the Singer, äh... Ist auch in seinem, ähm, Album, ne? Was für ein Album? O-Zerie... Ach, O-Zerie-Mix. Ähm, wie heißt das? Serious Monkey Business. Ach, du weinst von, ähm... Artifical... 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 4. Nein, ich meine... Ist der komische Typ. Ich meine, äh... Ähm... Was bin ich raus? Ähm... Serious Monkey Business. Ein Album, wo mehr Lieder auf UC Remix, mehr Remixes... Eigentlich, äh, alle Lieder von, ähm... Äh, hast du das grad gesehen? Ich hab nur gesehen, dass du jetzt wieder unten bist. Und runtergefallen bist. Äh... Aber ich hab zuerst gesehen, dass du runtergefallen bist. Und dann warst du unten. Nicht andersherum. Ähm, ja. 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 Genau so. Äh, nicht, dass du jetzt denkst, die Beta-Krampe ist heute eine Folge an. Was machst du da? Sterben. Warum? Erzähl ich zu viel, oder was? Es macht Spaß! Ja. Okay, dann halte ich jetzt meine Klappe. Du bist zu laut. Schaffst du nicht, oder? Hm? Schaffst du nicht, oder? Nee, schaff ich nicht. Raub mir die Luft. Hm... Ja. Spring, du Affe! Schon wieder Appentheater hier. Ficken. Ich glaube, wenn ich jetzt die Musik im Hintergrund anmachen würde, das würde dann viel besser kommen. Deswegen mach ich jetzt ein Save-Set. Endes, oder rechtzeitig, oder spät, äh, zeitig. Äh, dann... Haben wir Pech! Machen wir normale Musik an. Ähm, ja, okay. Hm. Ja. Ja, oder es kommt einfach nochmal von vorne. Also wenn, wenn du jetzt grad, also da, weil jetzt da zum Beispiel so Ramm Brambi und die Mega-Biene und so... Was mir einfällt, da ich ja jetzt keinen Zaun vom Spiel hab, kann ich ja selber Hintergrund Musik für mich anmachen. Kriegst du ja nicht mit, und ich hab ein bisschen, äh, Musik. Genau, das mach ich jetzt. Solange du nicht dazu summst. Äh, mal sehen. Also, ich mach da jetzt mal die Musik an. Moment. Mach ich auch.